In diesem Tutorial werden wir uns die wichtigsten Rechenregeln für Integrale anschauen. Für den Anfang gibt es eine Übersicht über die vier wichtigsten Regeln, dann eine Zusammenfassung dieser Regeln und am Ende noch ein paar Beispielaufgaben, um zu verdeutlichen, wann die Regeln überhaupt hilfreich sind. Wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, geht es bei der ersten Regel darum, Integrale zusammenzufassen bzw. zu zerlegen. Die Regel sieht wie folgt aus und wir versuchen jetzt ein bisschen zu verstehen oder nachzuvollziehen, was uns diese Regel überhaupt sagt. In erster Reihe ist es wichtig zu erkennen, auf der linken Seite, dass beide Funktionen integral identisch sind, also dieses f von x. Dann natürlich, dass dort, wo das erste Integral endet, das zweite anfängt. Und zwar die obere Grenze von dem ersten Integral ist b und die untere Grenze von dem zweiten ist ebenfalls b. Und wenn das zutrifft, kann man praktisch diese zwei Integrale auf der linken Seite in einem Integral, so wie auf der rechten Seite dargestellt, zusammenfassen. Wobei die untere Grenze des ersten Integrals und die obere Grenze des zweiten Integrals die Grenzen diesen neuen Integrals sind. Damit spart man sich eine Menge Rechnung. Und wenn die Aufgabenstelle es verlangt, natürlich könnt ihr diese Regel auch rückwärts anwenden. Also ihr könnt jeden Integral in mehrere Integrale zerlegen, auf diese Art und Weise. Einen kleinen Beweis dafür, wieso das Ganze so ist, könnte man auch grafisch liefern. Also wir stellen uns hier in diesem Koordinatensystem, vereinfacht eine Funktion vor, und diese drei Grenzen a, b und c. Das erste Integral links, was von a bis b läuft, symbolisiert natürlich diese Fläche. Das zweite Integral, was von b bis c läuft, entspricht natürlich dieser Fläche. Und die Gesamtfläche von a bis c können wir dann nur mit Hilfe eines einzigen Integrals ausrechnen, indem wir einfach die Grenze b ignorieren. Bei der zweiten Regel geht es um vertauschende Grenzen bei Integrale. Also die Regel sieht so aus. Und auch hier versuchen wir ein bisschen bunter zu verdeutlichen, was eigentlich zu verstehen ist. Also, ihr seht, im Vergleich zu dem Integral auf der linken Seite, wurden bei dem Integral auf der rechten Seite die untere und die obere Grenze vertauscht. Und dadurch hat sich ein Minuszeichen vor dem Integral ergeben. Auch hier gibt es eine Begründung, aber am einfachsten ist es keine grafische zu wählen, sondern eine rechnerische. Also, wenn man zum ersten Mal Integrale zu lösen lernt, dann lernt man auch diesen sogenannten Hauptsatz der Differential- und Integralrichtung. Und der zeigt uns, wie man ein Integral dieser Art und Weise lösen kann. Zur Erinnerung, man bildet zuerst eine Stammfunktion und dann setzt man die Grenzen ein. Zuerst die obere Grenze, das wäre in diesem Fall b bei uns, und dann Minus die untere Grenze, also a. Also f von b minus f von a. Wenn man jetzt die Grenzen vertauscht, und das mache ich hier drunter, dann ändert sich eigentlich nur eine Kleinigkeit an dem ganzen Verlauf. Am Ende steht nicht f von b minus f von a, sondern f von a minus f von b. In diesem N-Term kann man jetzt das Minuszeichen ausklammern. Sieht entsprechend so aus. Also f von a war ursprünglich positiv, dann, wenn wir das Vorzeichen umdrehen, wird es negativ. Und vor dem f von b steht dann ein Pluszeichen. Und wenn wir jetzt die Reihenfolge dieser Terme vertauschen, innerhalb der Klammer, dann haben wir Minus und dann in Klammer f von b minus f von a. Also, das ist das Gleiche wie oben, nur mit Minuszeichen davor. Das ist der Beweis dafür, dass diese Regel tatsächlich gilt. Die dritte Regel kann man vereinfacht auch als Summregel bezeichnen. Und die hat was mit der Linearität des Integrals zu tun. Ja, das ist auch der Grund, wieso man es vereinfacht Summregel nennt. Und die sagt uns folgendes. Wenn man zwei Integrale zusammenzählt oder voneinander abzieht, daher dieses Plus Minus zwischen den beiden Integralen auf der linken Seite, und ganz wichtig, diese Integrale die gleichen unter den oberen Grenzen besitzen, dann kann man sie zusammenfassen, wie auf der rechten Seite abgebildet, also als ein Integral aus der Summe oder Differenz dieser Funktion. Man könnte diese Regel natürlich auch grafisch nachvollziehen, aber viel, viel einfacher ist es, einfach aus der Summenregel der Differenzation oder Ableitung herzuleiten. Kurze Erklärung. Beim Ableiten ist egal, ob man zuerst zwei Funktionen zusammenzählt und dann ableitet, oder sie zuerst ableitet und dann die Ergebnisse zusammenzählt. Und das Gleiche gilt hier auch für das Integral. Die vierte und die letzte Regel kann man vereinfacht als Faktorregel bezeichnen und sie hat auch was mit der Linearität des Integrals zu tun. Die Regel sieht wie folgt aus und um zu verdeutlichen, was sie uns eigentlich aussagt, ein bisschen Farbe. Also, wir sehen, vor der Funktion Integral steht ein konstanter Faktor, was mit der Funktion multipliziert ist. Wenn das der Fall ist, können wir, so wie auf der rechten Seite gezeigt, diesen Faktor auch vor dem Integral ziehen. Das vereinfacht sehr oft Rechnungen mit Integralen. Begründen könnte man das Ganze mit folgenden Satz, wie ihr wahrscheinlich noch wisst. Beim Ableiten bleibt ein konstanter Faktor immer unverändert. Also, der wird immer mitgenommen. Deshalb bleibt er auch bei der Integration erhalten. Und nur damit keine Missverständnisse gibt. Faktoren könnt ihr vereinfacht sehen als Zahlen, die mit dem Funktionsterm multipliziert werden. Wie am Anfang versprochen, gibt es jetzt eine Zusammenfassung dieser vier Regeln. Also, die erste Regel, da ging es um Zusammenfassungsregeln von Integralen. Bei der zweiten um das Vertauschen der Grenzen. Bei der dritten um diese Summen- oder Differenzregel. Und bei der vierten um die Faktoregel. Und jetzt kommen natürlich noch zwei, drei Beispielaufgaben, wo man mit Hilfe dieser Regel Integraltherme vereinfachen kann. Ich werde diese Terme gleichzeitig einblenden. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ihr könnt das jetzt auch zum Üben nutzen. Also, auf Pause drücken. Erstmal selbst damit ein bisschen beschäftigen. Und dann mit meinen Ergebnissen vergleichen. Bei unserem ersten Term haben wir, wie ihr erkennen könnt, drei Integrale. Wichtig ist zu erkennen, dass in jeder dieser Integrale die gleiche Funktion steckt. Und noch wichtiger die Tatsache, dass dort, wo das erste Integral endet, das zweite anfängt. Und dort, wo das zweite Integral endet, das dritte anfängt. Das bedeutet, wir können diese Integrale zusammenfassen als ein einziger Integral. Und zwar von 1 bis 6. Von dieser Funktion, die da gegeben ist, 1 halb x hoch 3 dx. Und wenn wir wollen, können wir das auch noch ein bisschen vereinfachen. 1 halb ist dieser konstante Faktor, von dem wir gerade gesprochen haben. Den können wir, wenn wir möchten, auch vor dem Integral ziehen. Also, damit wäre die Funktion, die man integrieren muss, eigentlich noch einfacher zu integrieren. Das Integral werde ich jetzt nicht zu Ende lösen, weil es ist nicht Sinn und Sache dieses Tutorials. Also, es ging nur um die Vereinfachung von dieser Integraltherme. Den zweiten Term, oder das zweite Integral, kann man natürlich auch vereinfachen. Eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, wäre, sich vorzustellen, dass im Zähler von dem Ganzen eine unsichtbare 1 steht. Also, deshalb setze ich das auf einmal in Klammer. Und dann kann man diesen Integral auch so schreiben, Integral von 0 bis 2. Und diese 1 Viertel ziehen wir nach vorne. Entsprechend haben wir dann e hoch minus x plus e hoch x dx. Und was machen können wir noch hier machen? 1 Viertel nach vorne ziehen, vor dem Integral natürlich. Dann sieht es noch besser aus. Beziehungsweise, wenn man jetzt hier an dieser Stelle noch übertreiben möchte, könnte man das Ganze hier auch in zwei Integrale aufteilen, wenn irgendeinen Sinn dafür gibt. In diesem Fall gibt es keinen. Und bei den letzten Termen, wenn wir uns die zwei Integrale genauer anschauen, dann merken wir, dass die Grenzen vertaucht sind. Üblicherweise ist immer die untere Grenze kleiner als die obere Grenze. Deshalb lasse ich erstmal den ersten Integral in Ruhe. Also kurz gesagt, ich schreibe nur ab. Und bei diesem zweiten Integral vertausche ich die Grenzen. Und dadurch ändert sich auch natürlich das Vorzeichen vor dem Integral, weil minus minus plus ergibt. Also wir hätten dann plus, nochmal Integral von 0 bis 3, aber von 4x dx. So, und weil diese zwei Integrale die gleichen Grenzen haben, können wir sie auch als ein Integral zusammenfassen. Also Integral von 0 bis 3, x hoch 3, plus 4x dx. Und somit hätten wir, wenn wir das ausrechnen würden, nur ein Integral, was wir lösen müssen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Integralrechnung bietet ein weites Spektrum an Themen. Natürlich musst du in der Lage sein, dann Integrale auszurechnen. Flächeberechnung mit Hilfe der Integrale spielt eine Rolle. Rotationskörper, aber auch viele andere Themen, die nicht mehr auf diesem Bildschirm passen, wie Mittelwerte von Funktionen, uneigentliche Integrale oder auch Sachaufgaben in Verbindung mit Integrale. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.